Masked Maidens Korruption, Unkraut Brach und brach durch das, was ein sicherer Ort sein sollte Korruption versteckt sich hinter sauberen, lächelnden Masken Dies zu lesen, lieber Träger, offenbart uns, dass sie entweder ein Opfer dieser Korruption geworden sind oder den Wunsch haben, sie selbst zu beenden Und das haben wir vor Wir das Unkraut können und werden wir uns pflanzen, wo immer wir es brauchen Und mit dem Fluch, der unsere Masken, unsere neu entdeckten Kräften und Visionen sind werden wir die Korruption für immer besiegen, vielleicht auch in anderen Sollten sie ihre Sektorleiter oder die Madam selbst kontaktieren müssen Sehen sie bitte auf der nächsten Registrierkarte nach Möge deine Wahrheit entlarvt werden Aktuelles Ziel Ex-Rettungspraktikanten Adeline McCaffey hat die Maske abgenommen Derzeit haben wir ein Team unten in Level 3, das sie geholt und zu Madam Blanche das Bibliothek gebracht hat Aufgrund eines Überraschungsangriffs des Unkrauts Madam Evangelia wird dort einen persönlichen Besuch abstatten um Madam Blanche und die anderen zu informieren Hauptziel Finden sie die Quelle der Korruption in den vielen Gruppen der MEG Führende Verdächtigungsgruppe Division Trials Testers Nur dann erhalten wir Gerechtigkeit für den Schmerz, den sie verursacht haben Sekundäres Ziel Finden sie einen Weg, um die langfristigen Auswirkungen von Excess-Effekt-Levels zu reduzieren Wir müssen so bewusst wie möglich bleiben Wieder Luft im Gesicht zu spüren, hängt davon ab, dass wir geistig so gesund wie möglich bleiben So unmöglich es auch sein mag So unmöglich Beke� kriss kriss